Die Zutaten unseres Termins im Steirer Schlüssel sind ganz einfach. Eine Kochschürze, Handschuhe und viel Motivation. Denn heute lernen wir von einem echten Haubenkoch. Johannes Marzerer, Chef de Cuisine und vor kurzem eben vom Gourmet Mio mit zwei Hauben ausgezeichnet, gibt uns Tipps, wie Haubenküche im Alltag funktionieren kann. Also ran an die Arbeit und die erste Tätigkeit ist gleich mal das Erstellen von leckeren Lachsbällchen. Diese dienen als Häppchen zur Spargelcremesuppe, doch zuvor gehört noch die Milch schön schaumig geschlagen. Es macht richtig Spaß und die Tipps vom Profi sind toll umsetzbar. Dann werden Saiblinge gebraten, Süßkartoffelchips hergestellt und Johannes Marzerer zeigt uns, wie man einen Teller für die Haubenküche anrichtet. Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, all diese Dinge zu lernen, vielleicht mit Freunden oder Arbeitskollegen einen schönen Tag zu verbringen und ein Fünf-Gänge-Home-Menü mit Weinbegleitung zu genießen, dann haben Sie ab sofort die Möglichkeit dazu. Im Rahmen von Go with the Pro bietet das Projekt Spielberg genauso einen Kochkurs mit Johannes Marzerer. Also den Gästen wird die Gastronomie vorgestellt und der Ablauf in einer Küche, so wie das Kochen eines Fünf-Gangs-Menü mit Anrichten und Präsentieren von verschiedenen Tellern. Essen ist doch wirklich Leidenschaft, Spaß und vor allem Genuss. Alle Infos zu diesem besonderen kulinarischen Erlebnis gibt es im Internet unter www.projekt-spielberg.at